Hallo Leute und willkommen bei der SKY! Letztes Mal habe ich euch schon gezeigt wie ihr die Siedler 4 Gold Edition auf Windows 10 spielen könnt und dafür ist der Link auch unten in der Beschreibung, falls es euch interessiert. Heute geht es um SimCity 4 oder SimCity 4 Deluxe bzw. Rush Hour Edition und das ganze könnt ihr mit der GOG Edition machen oder wenn ihr das noch per CD habt, so wie ich. Das heißt ihr tut die CD in eure Laufwerke rein und bevor ihr das ganze installiert, müsst ihr die Installations-Exit-Datei in den Kompatibilitätsmodus Windows XP und Service Pack 3 starten. Eigentlich war es das ganze schon. Mit GOG ist es genau dasselbe, also auch wieder mit Kompatibilitätsmodus Windows XP und Service Pack 3 starten vor der Installation. Ihr installiert das ganze und wie ihr seht funktioniert es einwandfrei. Wie man die Grafik ändert ist auch ganz easy. Da gibt es den Launcher, den SimCity 4 Launcher, der ist auch verlinkt. Es gibt auch hoffenweise geile deutsche Plugins, da ist auch noch ein Link, das ist nämlich der SimCity Platzer oder der SimCity Kurier. Link ist unten in der Beschreibung, da findet ihr alle die geilen Plugins, neue Gebäude und so weiter mit deutschen Beschreibungen. Und ja, bei der GOG Edition, falls ihr euch jetzt fragt wie ich das ganze in Deutsch umstelle, ist auch ein Language Changer dabei. Einfach mal in den Ordner, in den Installationsordner schauen, da müsste irgendwie ein Language Changer oder Switcher drin sein. Und das war es mit dem Tutorial. Einfach ein Kompatibilitätsmodus von Windows. XP starten, das ist ganz easy und das war es auch schon. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like oder auch ein Abo, würde mich natürlich auch freuen. Wenn ihr Probleme habt oder noch Fragen, dann postet es gerne unten in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal, haut rein!